So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Eigentlich war ich ja fertig für heute, denn Jonas aus Elm hat eingeladen für ein, was ist das denn, ein Mega-Ampharos. Ja, das müssen wir auch noch entwickeln. Wir haben, wenn wir mal kurz auf Ampharos gehen, Bruder, guckt ihr den an. Wir haben 430 Mega-Ampharos-Energie. Das heißt, wir können das männliche Hunderter und das weibliche Shiny entwickeln und dann haben wir die Pokédex-Einträge auch alle voll. Das machen wir nicht heute, das machen wir in einer Extra-Folge. So, wir haben heute früh eigentlich ja schon wieder Groudon-Rates gehostet von 8 Uhr bis 13 Uhr bzw. 14 Uhr und ich habe nebenbei auch ein bisschen mitgemacht. Ihr seht mal hier, ich habe ein bisschen mitgemacht, da sind ein paar noch mal reingeflattert hier. 23,41, das sieht gut aus. Achso, ja, das war's. 23,41 war da das Beste. 23,41, ein 96er mit 15,15. Hier ein, jetzt höre ich wieder so perverse, brutale Musik. Hier noch ein Shiny Groudon dabei und ein Problem habe ich, denn je mehr Raids ich mache und je mehr anderes gebambel, desto mehr Sonderbomboms bekomme ich und desto weniger Itemplatz habe ich. Und jetzt habe ich das Problem, ich bin gerade bei 1682 Sonderbomboms. Deswegen ist mein Beutel auch fast immer zu voll und ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. Wie viele Sonderbomboms habt ihr gerade? Schreibt's mal in die Kommentare. Für was würdet ihr Sonderbomboms gerade ausgeben? Wenn ihr so viele hättet, was würdet ihr damit machen? Schreibt's mal in die Kommentare. Auf der anderen Seite, worauf auch alle gewartet haben und gefragt haben, wegen meinem Rayquaza, hast du schon einen Rayquaza abgeholt? Deswegen habe ich auch den Rayquaza-Bildschirm jetzt hier gemacht. Ich habe ja nur noch 20 Stunden Zeit, das abzuholen. Jetzt habe ich wenigstens ein Video. Darum haben wir hier kurz die Kyokro und die Groudon-Bomboms ab. Wir holen die Bälle ab. Wir nehmen die EP mit und wir gucken uns mal das Rayquaza an. Ihr wisst, potenziell shiny. Das heißt, es kann shiny sein, es kann nicht shiny sein. Wir gucken mal rein, was es ist. Es ist wahrscheinlich kein shiny, aber es ist ein Rayquaza. Wer hätte das gedacht? Es ist ein Rayquaza und wie immer, wenn die aus der Aufgabe kommen, ich bitte, denkt nach, Leute. Wenn die aus der Aufgabe kommen, nehmt eine gelbe Beere. Das kann nicht fliehen. Das sitzt einfach da. Das kann eh nicht fliehen. Also nehmt eine gelbe Beere, nehmt die doppelten Bonbons mit. Das Problem ist, ich habe jetzt keine gelben Beeren mehr. Ich hätte vorerst ein bisschen sammeln müssen. Aber solange ihr gelbe Beeren habt, nehmt einfach gelbe Beeren. Versucht halt draufzuhauen. Nehmt das mit. Es ist jetzt keine Kunst, das zu fangen. Wenn man gut wirft, kann man auch einfach fabelhaft treffen. Wie gesagt, wenn man gut wirft. Und ihr könnt auch mal reinschreiben, habt ihr euer Rayquaza schon abgeholt? Habt ihr die Aufgaben gemeistert? Wie gut war euer Rayquaza? Das ist jetzt hier ein 1600er da. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Weil es ja nur Level 15 ist aus der Aufgabe. Normal Rayquaza 21, 91 oder so. Wenn es aus dem Raid kommt, dann wisst ihr, es ist ein 100er. Aus der Aufgabe habe ich die WP leider nicht im Kopf. Müsste aber über 16 irgendwas haben, glaube ich. Dass das gut ist. Wenn wir dann einmal bei Rayquaza sind, können wir ja auch mal in den Beutel gucken. Wie viele Rayquaza Bonbons ich gerade habe. Ob es sich vielleicht lohnt, bei Rayquaza noch ein paar Bonbons drauf zu hauen. zu sammeln, nebenbei. Ich habe 200%ige Rayquaza. Die habe ich auch beide schon gemaxed. Theoretisch ist das ja okay. Aber Mega Rayquaza. Gönnt euch den, wenn der kommt. Ich habe auch noch 693 Bonbons über bei dem. Braucht man da jetzt Sonderbonbons reinstecken? Eigentlich nicht. Das ist auch schlecht. Das ist so schlecht, das würde ich auch direkt wegtauschen. Deswegen. Keine Ahnung. Was mache ich mit den Sonderbonbons? Ich weiß es echt nicht. Wir geben mal Legendär ein. Legendär. Und 4 Sterne. Dann wisst ihr ja. Das zeigt euch alle Legendären an. Die 100% haben. Wir sortieren das mal kurz hier. Lavados. Ist theoretisch gemaxed. Gerade auf Level 40. Aber brauchen wir nicht. Mewtwo. Mewtwo haben wir 237 Bonbons. Es wäre ein Anfang. Noch was in Mewtwo zu stecken. Mewtwo kommt im Februar zurück. Stellt euch vor. Ihr kriegt ein 100% Mewtwo. Und wollt das maxen. Ihr braucht 248 Bonbons glaube ich dafür. 230, 215. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Egal. Wir nehmen mal Items. Wir nehmen schon mal Sonderbonbons. Wir packen mal ein paar hier drauf. Ich weiß nicht wie viel wir hier drauf packen. Machen wir mal so 333. Keine Ahnung. Ist irgendeine random Zahl einfach draufgelegt. Auch wenn man Attacken ändern will oder so. Braucht man auch wieder 100. Oder braucht man sonst was. Wenn ihr eins bekommt. Und dann das auswechselt. 690 haben wir weg. Wir haben jetzt erstmal hier die drauf gehauen. Aha. Wieso geht das denn ganz zurück? Legendär. Und. Nicht Prozent. Und. Vier Sternchen. Jetzt nehmen wir mal den Begriff hier mit. So. Legendär und Vier Sternchen. Wir haben hier ein NT. Da ist ein Hunder da. Ist aber gemaxed. Hat noch 200 noch was übrig. Kyogra haben auch. 500 Bonbons an sich übrig. Hier haben wir 800 Bonbons übrig. Das. 600 Bonbons übrig. Andi der Wanderer. 700 Bonbons übrig. Aber das haben wir noch gar nicht gemaxed. Das können wir jetzt auch mal fix mitmachen. Auf Level 40 wenigstens erstmal. Das haben wir letztens vergessen. Ich wollte das letztens mitmachen. 100% Heatrain von Andi der Wanderer. Maxen. So. Jetzt würde es theoretisch hier weitergehen. Ähm. Wenn ihr XL Bonbons umwandelt. Aber. Wollen wir ja jetzt nicht machen. Das ist gemaxed. 167. Ja komm. Giratina. Falls dann nochmal ein Fliegendes zurückkommt. Und wir das noch maxen wollen. Geben wir auch dem Giratina mal noch ein paar Bonbons. Machen wir auch 333. Keine Ahnung. 333. Können wir auch hier drauf geben. Warum auch immer. Kann man ja mal machen. Wenn man sonst nichts zu tun hat. 333. Ich habe letztens gehört. Einer hat gesagt. Pack's in FM rein. Ich muss FM ein männliches entwickeln. Ich muss ein weibliches entwickeln. Ich muss ein Lucky entwickeln. Irgendwann muss man das Shiny entwickeln. Aber gut. Vielleicht gibt es dann auch nochmal irgendwelche Events oder so. Wo man dafür besser Bonbons bekommt. Jetzt habt ihr hier das Cobalium. Das ist ein 100er. Das ist auch ein 100er. Ein zweites 100er hochziehen. Das ist Quatsch. Brauchen wir jetzt auch nicht machen. Die sind glaube ich auch gemaxed. Genau. Das hat hier 131, 152, das ist auch auf 40 mit 500 Bonbons. Brauche ich aber eigentlich jetzt auch nichts. Ich muss sagen, C-Krom und Regierahmen benutze ich so selten. Was jetzt kommt. Suikun kommt demnächst zurück. Ach Suikun. Raikou kommt demnächst zurück. Wir gucken mal auf Raikou. Wie es bei Raikou hier aussieht. Wir haben ein 98er gemaxed. Okay. Ein 98er gemaxed. Wir haben ein 96er. Nee, ein 93er. Nicht gemaxed. Doch das ist auch maxed. Ja, die sind beide gemaxed. Der Rest ist wahrscheinlich Bullshit. Aber ich will unbedingt, wenn Raikou zurückkommt, am liebsten auch ein 100er Raikou haben und ein 100er Raikou noch maxen. Ich würde jetzt hier auch nochmal ein paar drauf geben. Weil die Zahl so cool ist, machen wir hier auch einfach 333. Bis wir die haben, muss ich weniger raiden. Zack. Speichern wir uns hier auch mal 333 Stück. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung. Wir können ja direkt mal auf Legendäre drücken. Kurz können wir durchschauen. Da ist zum Beispiel ein Arctos gemaxed. Aber nur ein 93er. Aber wir haben noch 335 übrig. Wir haben Zapdos hier eins gemaxed. Wir haben noch 300 übrig. Wollen wir noch 33 drauf geben? Nein, wollen wir nicht. Wir haben Lavados. Wir haben zwei Stück gemaxed. Das muss erst mal reichen. Mewtwo, wie gesagt, haben wir jetzt 333. Thomas sagt ja sowieso immer, pack alles in Mewtwo. Alles in Mewtwo. Raikou haben wir uns gerade drum gekümmert. Entei habe ich schon ein 100er und gemaxed. Wenn das zurückkommt und geradet wird, erhält das alleine die 333 Bonbons. Dann haben wir so Ikun. 400 noch was. Habe ich auch keins gemaxed. Ist auch Schrott. Lugia, habt ihr hier eins gemaxed. Hier eins gemaxed. Ist aber kein 100er dabei. Wir haben Ho-Oh. Da haben wir auch zwei gemaxed. Habe ich nicht eigentlich zwei 98er irgendwo rumfliegen? Ja, Handy. Du darfst. 98. 96. Ach, 93. Acht, sechs, drei. Ja, 93. Und dann mit Wetterboost aber schlechter. Wo ist denn das andere ohne Wetterboost? Genau hier. Hier haben wir noch eins. Noch ein 98er mit 15, 14, 15. Braucht man jetzt unbedingt Ho-Oh. Weiß ich nicht. Lieber warten, bis ein 100er kommt. Dann mal noch was reinstecken. Was haben wir noch außer Ho-Oh? Von Ho-Oh haben wir ganz schön viel. Wir haben Regirock. Regirock gemaxed. Ist auch eigentlich gerade kein Bedarf da. Wir haben ein Regi-Eis gemaxed. Auch mit 98 Prozent, glaube ich. Wir haben hier das Regi-Steel. Ich habe noch kein Regi-Steel gemaxed. Aber dieses Regi-Steel hat auch 96 Prozent. Ist sogar ein Lucky. Habe ich öfters mal in der Superliga benutzt. Wir haben hier 98er Latias und Latios. Auch über 300 Bonbons drauf. Dann haben wir hier. Ist das auch 98? Das habe ich gemaxed, weil... Wie es halt wieder rumhängt. Auch gemaxed, weil es auch ein 98er ist. Shiny. Also ein Latias und ein Latios gemaxed. Kyogre, wie gesagt, haben wir jetzt hier. Wie viel haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4. Ich habe 4 Kyogre schon gemaxed. Hier ist noch ein 98er, aber mit 14 Angriff. Hier ist noch ein 98er wahrscheinlich mit... Ne, ein 96er mit 15, 15. Würde ich sogar lieber dann maxen als ein anderes. Will man das jetzt noch machen oder nicht? Gibt ein bisschen Sternenstab aus. Ich weiß es nicht. Groudon. Habe ich den, habe ich den, haben wir den. Da habe ich einen Punkt dran. 29, 26. Was war mit dem? Das ist auf jeden Fall noch ein 96er. Ich finde, weil Groudon so hinten ansteht, pushen wir das auch mal, ja. Wir pushen das auch mal, auch auf Level 40. Einfach so, dass das auch ein... Die 4096er reicht. Geben wir halt fix mal was aus. Denn wenn wir schon so viele Kyogre gemaxed haben, haben wir wenigstens jetzt auch 3 Groudon. Ansonsten kommt hier unten noch Rai Quasa. Da haben wir 2 gemaxed, 3 gemaxed, dann irgendwelche 96er. Nein! Irgendwelche 96er, irgendwelches andere. Ja, okay. Selve, Vesprit, Tobutz. Braucht kein Mensch. Wir haben hier Dialga noch gemaxed. 98er, das passt. Da sind auch kaum Bonbons drauf. Aber ich glaube, wenn Dialga kommt und das als Shiny eingeführt wird, werde ich auch wieder so viel raiden, dass ich wahrscheinlich alleine an Dialga 1500 Sonderbonbons mache. Deswegen brauchen wir da eigentlich auch keine Reserve jetzt reinstecken. Dialga, ein 96er gemaxed, okay. Muss auch als Shiny zurückkommen. Hier haben wir jetzt endlich mal ein 100er gemaxed und noch ein 98er gemaxed. Das ist sowieso gemaxed, aber auch nur ein 96er von Rigi Gigas. Geht auch nicht höher. Hier ein 100er gemaxed natürlich. Haben wir ja am Anfang gezeigt. Auch von der fliegenden Made haben wir ein 98er. Haben ja Reserve da. Haben das, haben das. Vielleicht irgendwann noch ein paar Giratina da reinknüppeln. Ansonsten, was macht man hiermit wieder? Das ist eigentlich nichts. Das ist 98 Brudi. Ein 98 Brudi könnte man ja mal maxen. 416 Bonbons sind auch da. Wird auf 2800 kommen, aber vielleicht gibt es ja mal noch das 100er und das braucht man ja auch für nichts. Dann wie gesagt, habt ihr hier Cobalium. Ihr habt Terrakium. Was ist das beste Terrakium? Terrakium auch mit 300 noch was. Ein 96er haben wir auch keins gemaxed. Wenn wir es maxen wollen würden. Bräuchte mal 220 Bonbons. Kommt auf 3,6. Ich wandle hier mal welche um. Ich wandle hier beim Terrakium welche um, dass wir auch 333 Bonbons in Reserve haben, weil das ist auch ein cooles Pokémon. Veritium braucht man nix. Boreos, Voldolos. Fehlt sogar noch eins. Das war da, wo mein Accountmonat weg war. Dann das nicht, das nicht. Ach nee, da fehlt keins. Stimmt. Das Blaue war das, was mir gefehlt hat. Das ist ja jetzt da. Das hat mir... Der, der da ist, hat mir das getauscht sogar. Oh, dieses Handy. Haben wir irgendwann einen Trade gemacht, hat er mir das gegeben und so weiter. Jo, und dann sind wir ja schon wieder bei Kyurem. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Wie viel haben wir jetzt ausgegeben? Wie viel haben wir noch übrig? Wir hatten 1600. Wir haben jetzt immer noch 1300 übrig. Also wir haben... Wir haben theoretisch gerade mal 300 Sonderbonbons ausgegeben. Bei den wichtigen Pokémon habe ich mir eigentlich ein paar zur Seite gelegt und gespeichert. Deswegen nochmal die Frage. Wo soll ich meine Bonbons reinpacken? Ich weiß es nicht. Garnoville mit Entwicklungsreihe. Ein Ravigator. Damals Lucky Trade. Einmal durchentwickelt. Da liegen auch 124 Bonbons noch drauf, dass man das theoretisch durchentwickeln könnte, um ein normales zu haben, ohne diesen Hintergrund. Dann bräuchte man nochmal 25, um ein normales Garnoville. Aber ich habe ja nicht mal genügend Garnoville, um da jetzt die einzelnen Reihen aufzubauen. Oder da mal ein 100er oder sonst was. Garnoville natürlich selten. Oder FM. Wie viel haben wir bei FM momentan? FM. Haben wir hier. 263. Wie geht das denn ab, wenn man das entwickelt? Ach, wenn man das hochzieht, meine ich. 198 Bonbons. Okay. So, das ist ja noch nicht entwickelt. Da müsste man auch gucken, wie hoch so eins kommt. Aber das würde ich natürlich nicht, weil das nicht so gut ist. Auf 2700. Ist zwar selten, aber auch irgendwo eine Krücke. Mir fehlt auch kein Pokédex-Eintrag mehr. Nichts, was ich jetzt... Ich sage ja sowieso immer, die Pokédex-Einträge nicht mit Sonderbomben ums Puschen. Ist Quatsch. Kriegst du eh irgendwann. Nehm das lieber für Legendäre. Aber selbst bei den Legendären weiß ich mir kein... Kein Rad, kein Fuß, kein Bein anzubinden. Ich weiß einfach gar nichts. Und deshalb brauche ich eure Hilfe. Und deshalb möchte ich auch noch was Tolles machen. Und zwar, weil es so viel Spaß gemacht hat, am Wochenende auch gerade Groudon zu raiden. Und wir da eine tolle Zeit hatten. Möchte ich jetzt unter allen, die einen Kommentar schreiben, unter das Video. Ja? Ein Shiny Groudon verlosen. Und gleichzeitig die Frage stellen. Wie viele Sonderbonbons habt ihr momentan auf der Hand? Für was würdet ihr eure Sonderbonbons ausgeben, wenn ihr jetzt 1600 auf der Hand hättet? Und für was sollte ich meine ausgeben? Oder was soll ich mit denen machen? Denn ich habe keine Ahnung. Und unter allen, die mir diese drei Fragen beantworten, schreibt bitte erstens, zweitens, drittens. Und wer diese drei Fragen beantwortet, kann mitmachen bei der Shiny Groudon Verlosung. Und diesmal auch kurze Verlosung. Ganz spontan. Ich lade das jetzt heute hier hoch am Samstag. Und am Montag. Montag 21 Uhr im Livestream. Werden wir es wieder auflosen. Werden wir es auflösen. So rum genau. Wir lösen es dann auf am Montag im Livestream. Also schreibt mir bitte mal, wie viele Sonderbonbons habt ihr. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr an eurer Stelle pushen, wenn ihr jetzt genügend Bonbons hättet, von den Pokémon, die ihr habt? Und was würdet ihr pushen an meiner Stelle, wenn ihr seht, was ich so habe? Oder wo es sich lohnt, noch was zu lagern? Bei manchen, da muss ich ja nichts... Wenn da 600 drauf sind, wie hier, brauche ich ja jetzt nicht 1000 Stück Meter lagern. Ist ja Quatsch. Aber wo lohnt es sich zu lagern? Wo kann man ruhig 1000 lagern? Mewtwo? Dann schreibt Mewtwo rein. Keine Ahnung. Dann ist halt Nummer 3 Mewtwo. Nummer 1 eure Zahlen. Nummer 2 euer Pokémon. Nummer 3 Mewtwo. Weil alle sagen Mewtwo. Keine Ahnung. Machen wir es halt so. Ihr seid aber trotzdem wirklich gefragt. Ihr habt gesehen, mein Rayquaza war richtig mies. Ähm. Apropos Rayquaza. Achso, ja, ihr habt ja gesehen. Shiny ist und alles dabei. Vom 3.8.2020. Manche haben wirklich Glück gehabt und haben ihren Pokédex-Eintrag von Rayquaza aus der Aufgabe bekommen. Und direkt als Shiny. Das ist also auch cool, bei wem das so geklappt hat. Schreibt ihr mal einen Kommentar bitte. Helft mir. und unter allen, die diese drei Punkte reinschreiben, wirklich erstens, zweitens, drittens und darauf eingehen, verlose ich ein Shiny Groudon. Weil ich habe jetzt eh genügend. Ich habe 13, 14 Stück, glaube ich, davon. Keogra habe ich nur 9. Brauche ich also nicht so viel. Würde ich eins rausgeben. Seid am Montag, 21 Uhr dabei im Livestream. 21 Uhr werden wir wieder die Kommentare durchgehen, per Zufallsprinzip auslosen und schauen, wer das Kyogre, ach ne, wer das Groudon bekommt, wer das nicht braucht, aber trotzdem die Fragen beantworten möchte, kann ja einfach durchweggehend schreiben, ohne die drei Zahlen davor. Er schreibt halt, ich habe so und so viel Bonbons und würde sie in Dings packen. An deiner Stelle würde ich aber dort sammeln. Dann sagt ihr mir, okay, das sind eure Antworten, aber ihr braucht das Groudon nicht. Fakt aber 1, 2, 3 hin. Erstens, ich habe so und so viel Bonbons. Zweitens, also, ich muss es schon wieder 5000 Mal erklären. Egal, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich kriege da eine gescheite Antwort raus und ich weiß dann, was ich damit mache, denn der Platz ist wirklich mangelhaft permanent. Jetzt bin ich wieder unter die 13 Millionen gerutscht. So schlimm, wie es auch ist. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis da hinten Peaceout vorhauen. Euer Ramses.